Ich sehe, der hat meine Einstellung direkt gespeichert, die ich gemacht habe. Nämlich nicht. Sehr spannend. Sprachen. Ach, schön, auf Chinesisch, traditionell oder auf Koreanisch. Oh, hier. Scheiß, direkt da. Steuerung. Der zeigt mir wirklich, ach, ihr Controllergedönse an. Ist ja verrückt, vielleicht. Connecten wir den dann doch mal. Pa-ra-pam-pam-pam-pam. Ich bin der, 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 ich bin der. hallo hallo ich höre dich ja ja er hat ja die ganze zeit nicht gesagt wie es geht habe ich so lang umprobiert bis er sich dann aber das spiel stand war nicht so weiter erst mal freies spiel ja du musst entweder das fährt oder das schäfchen anklicken ich habe eine weile gebraucht das verstanden hatte bis der charakter auswahl geht das gibt es ja nicht ja so ich will jetzt die fucking credits sehen ich stehe auf der flöte ich stehe auf der flöte ja noch gar nicht so Oh, hey Judy! Oh, hey Judy! Ich weiß so gut, soweit ich es in Erinnerung habe, dass der freie Modus der falsche ist. Dass, glaube ich, das der Richtige ist. Party? Ja. Mal Haustürchen einfach machen. Party, der Host beginnt das Spiel. So, da wird man einfach nicht gefragt, ja, weißt du? Der Host kann hier einfach entscheiden. Ich kann hier hingehen, nichts passiert, weil es die ganze Zeit steht hier und dannst. Ja, weißt du? Aber der feine Herr Host, der kann entscheiden. Das sind ja irgendwie special abilities. Nö. Du kannst hier hingehen und dir vom Pferd einlutschen lassen, na. Und da haben eigentlich die Credits plötzlich. Ja, das ist auch eklig. Aber du hast das Spiel schon mal gehört, Martin, oder so, ne? Oh, scheiße. Ich hab's gehört, ja. Ich hab's gehört, ja. Nimm mich in den Arm, du geiles Hühnchen. Du rennst halt nicht als wieder weg. Das Spiel startet nicht, wenn du wieder wegrennst. Du kannst ja noch stundenlang rumstehen. Ich bin doch die ganze Zeit schon hier und warte. Ja, du sollst mal so ein Kartenspiel noch. Ja, das dauert jetzt noch ein Minimum eine Viertelstunde, weil ich muss jetzt nebenbei Karten spielen. Ach so, okay, dann. Du könnt auch gerne eine Viertelstunde auf mich warten. Oh, toll, noch mehr warten. Geh los. Ach je, das ist aber heute ein Aufbrist. So, Partybox. Jeder wählt sich ein Ding ins Aus. Was ist das jetzt? Irgendwas. Fing du das. Das können wir jetzt irgendwo hin platzieren. Fallen, okay. Fallen, oder hast du nicht gesehen, oder sonst was. Darf ich noch rüberkommen? Das geht ja gar nicht. So geht das nicht. Okay, also wie kommen wir jetzt da rüber? Tja, so gar nicht. Kein Gewinner, keine Punkte. Gibts die nächste Partybox, machen wir weiter. Ach so. Wenn man den Händen da hingelegt hat. Boah, das ist so assig. Oh, ein Aufzug. Boah, ich baue hier voll was Cooles hin. Und ihr macht zu dem Scheiß. Das ist Eis da gelegt. Weißt du, ich baue das ist toll. Ey, das ist netter. Der Party hat einfach Eis da drauf. Das sind euch alle scheiße. Oh. Gut. Wenn alle eure Angehörigen euch alle scheiße finden. Wir sind am Händen. Das klingt für mich wie ein Molly. Das ist meins. Das ist net schlimm. Toll, der erste hat sich um den Tod. Ach ne, das kommt nur wieder weg. Ja. Ach man. Ja, das ist mal ein Leichein. Da liegt Hühnchenmahlzeit. Diese Pfeile sind echt scheiße. Ich war es nicht, der Sehnsatz. Ich meine, der ist wahr. Wenn der Frau euch schon ein bisschen herausholde. Was ist denn, wenn der noch ein schönes? Roboter, was ist das? Wollen wir die Sachen drehen? Ja. Wie denn? Ah, so. Komm mal, er hat gar nicht mehr an. Was ist das denn? Keine Ahnung. Wow. Nein, wer hat denn dieses scheiß Klebding da nicht anfang gemacht? Ach, das war ich. Nein, 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 du nicht. Hä? Nein! Was ein dreckiger. Was, Penner, oder? Ich bin der Einzige, der was wirklich macht. Ne, nutzt das eiskalt aus. Du hast es auch Sack. Hart respektlos. Ja, welche Möglichkeit. Das war wieder genauso ein Spiel für mich, ey. Ja, ich mache als Einziger was Positives. Und die angewichsten Klappspaten verkackt wieder alles. Wie kann ich hier was drehen? Ah. Das hat eigentlich meine schöne Armbrust so ruiniert. Toll, jetzt haben wir hier Papierflieger mit Gegenwind, oder was? Das war's. Das war's. Nein. Jedes Mal komm ich von diesen Klebdings nicht weg. Der Sarissa ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ah. Was ist das? Ja. Das hat ein paar Stunden dauern, wenn man ihn. Ja. 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 gibt es ja nicht es ist einfach noch zu leicht für ihn ich spiele auch neben mal auf karten habe ich jetzt da schussmaschinen aber schön ich weiß ja damit was sprengen können aber fuck was ist das denn da oben ach jedes mal vergesse ich dass er nicht springt weil ich es kacke zappert ach jetzt ist das ding auch noch es ist gut oh oh das ding das klingt ja fest lustig gesehen fängt immer an zu tanzen wenn der kurzmaschinen so NEI ah yes yes ja was gegen dommeladen ah verdammt hehehe hehehe ne boxanschule kennen wir doch oh ein carry hole hm ha käme hehehe k spielern die star 8 7 äne Ich sitze es jetzt erstmal aus, bis ihr das diskutiert habt, also ich spiel hier nebenbei noch Karten, ne? Ich bin schon fertig. Ja, das ist mir egal, ich bin grad gerammt. Ich muss hier grad noch kurz nie wehren, gegen den seine Angriffe. So, machen wir das noch. So, wo war ich jetzt hier? Hallo! Was kann das Ding, was ich hingestellt hab? Das frag ich mich auch grade, ich dachte das boxt, wenn man da in die Nähe kommt. Nee, ich hab da hinten am Pokal gesagt. Es hat geboxt. Ich dachte, es sah aus wie so ein Teleport-Ding. Gibt's doch nicht. Oh mein Blümchen! Oh mein Blümchen! Timo! Okay, Timo! Oh! Oh, es ist ein Blümchen mit dem Blümchen! Hey, 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 hey! Oh, das ist ein Blümchen! Ich bin der ultimative Harschbär Hab ich mir auch was zum Fressen geholt oder was du gesagt?